Der Name ist Trit Rocket, hat bei uns im Programm schon eine kleine Historie gebildet, jetzt mit der 3.0. Und das Trit Rocket wurde für den sportlichen Fahrer entwickelt, ist auch unsere Einsteiger-Kombi im zweiteiligen Bereich, wo man Jacke und Hose separat kaufen kann. Es gibt überall Protektion. Ein guter Punkt über die Stütze ist, dass man die Stütze in die Branche, auch die Kostentwicklung, die Knie, die Elbe und die Schultern, wie ein Rassensuit. Unser Held ACS-System haben wir jetzt integriert. Nach träglicher Ausrüstung kannst du jetzt einen Brustprotektor oder auch Rippenprotektoren reintun. Und ein verstecktes Feature ist, dass wir eine verdeckte Hartschale im Schulterbereich haben. Wir testeten es auf der Weg nach der Mountain. Es war viel Spaß. Die beste Sache bei der Stütze war, dass ich keine Restriktion fühlte, weil wir wirklich versuchen, extreme Positionen zu machen. Es war also sehr soft und komfortabel. Ich fühlte keine Restriktion, wie es eine custom-made Rassensuit. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, dass man Stangenware kaufen kann in verschiedensten Größen. Und dadurch hat man die Flexibilität, auf jede Körperstatur perfekt einzugehen. Und alles läuft wie geschmiert. Im Straßen- oder Standbereich bevorzuge ich diese Zweiteiler, da ich da einfach flexibler an- und ausziehen kann. Das geht super schnell, ist super bequem und auch super sicher. Ich bin mir sicher, dass wir zum Vorgänger hin die Kombi auf jeden Fall verbessert haben in vielen Punkten und da ein gutes Pferd ins Land schicken. Dafür stehe ich mit meinem Namen. War II Jahr 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017